Geil, kein Trinke. Ohne Scheiße, ich kann das echt nur empfehlen. Vorher hatte man uns zu duschen und ist mal so richtig fit. Sag mal, Peter, hast du ja nicht schon mal mit Premiere Pro gearbeitet? Ich hab ungefähr dreimal versucht immer wieder und... Mich hat selbst das Einfachste schon so sehr genervt. Geil! Das ist meiner. Heißt ja gut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so easy wie Magix auch ist, aber ich find das schon ganz schön übel, wenn man zwei Facecams einbaut, ein paar Effekte und so, dass das dann echt abspackt bis zum geht nicht mehr. Echt? Damit hab ich gar keine Probleme. Echt? Das war auch kein Problem. Entschuldigung bitte, ich hab 16 Gigabyte RAM. Ja, also dazu sollte der... Also ich hab... Ich hab... Ich hab Trials gerendert mit vier Webcams und hab ohne Probleme den Vorlauf da laufen lassen können. Also... Falls das, was du meinst, das spackt. Ja, ich mein den Vorlauf halt, dass ich das nochmal angucken war, aber der braucht halt erstmal Ewigkeiten, bis er das geladen hat, dann ruckelt er sich... Ne, der braucht das bei mir einmal ein bisschen länger, bis er das geladen hat, aber jetzt nicht irgendwie dauerhaft. Das find ich sogar bei Premiere sogar noch schlimmer, ehrlich gesagt, weil... Ja, das war halt die Frage, ob das da besser ist oder nicht. Ne, bei Premiere zumindest vielleicht einfach, weil ich ein Noob bin, aber jedes Mal, wenn ich da versucht hab mir das anzugucken, hat er das quasi erst noch vorgerendert, wo ich dann warten musste und dann zwar flüssig abgespielt, aber die Wartezeit hat mich ja schon genervt. Ja gut, vielleicht muss ich Magix auch ein bisschen mehr Speicherplatz zuweisen, das kann ja auch sein. Oder beispielsweise bei, wenn du jetzt wirklich sehr hohe Sachen hast, vielleicht mal in den Einstellungen den Vorschau, bei der Vorschau irgendwie die halbe Auflösung einstellen oder so. Achso, das kann man auch. Ja gut. Ja, vor allem, weil der Bildschirm ja so in dem Sinne relativ klein da oben ist. Ja, genau. Ja, mir geht's im Prinzip nur darum, ob die Lippen halt wirklich synchron sind und ob die Webcams richtig sitzen oder die Binden irgendwie gescheit aufploppen und so. Das geht ja überhaupt null, wenn du da, wenn du da so'n Gruckel hast, ey. Ja, gut. Muss ich ja mal gucken. Boah, das ist aber ganz schön gemein, ja. Nein, das kann nicht sein. Lol. Das kann echt nicht sein. Oh. Das ist echt im Gelaufen. Der letzte Sprung. Das ist wohl ne böse Stelle. Der letzte Sprung? Nein! Boah, ohne Spaß, Bram, wie wir uns bei Nitok angebrüllt haben, ey. Leckt mich am Arsch. Ohne Spaß. Die Tonspur war eine durchgehende weiße Zone einfach nur, ey. Das hat einfach nur abgefahren. Weißt du, wenn du so manchmal so die Tonspur von der Season siehst, weißt du, so dann, weißt du, wenn gerade nicht so viel passiert, hast du immer so zwei so Ausschläge so von der Tonspur und da beim Nitok halt durchgehen. Das ist echt abgefahren. Bin mal gespannt, äh... Ja, mittlerweile nächste Folge natürlich online, aber ich bin mal gespannt, wie die... Jetzt, in diesem Zeitpunkt bin ich gespannt, wie die Zuschauer das finden werden. Ja, bin ich auch gespannt. Ich werde es mir auch angucken. Wenn ich mir das vorstellen kann. Ah, aber leider, ich sage ja echt nur mal learn to play. Fuck. Ja, putz. Das ist beim zweiten Mal mal... Wollen wir ja mal vielleicht noch nicht sagen, ja? Wer weiß... Beim zweiten wissen wir noch nicht, ob die Folge draußen ist. Aber am ersten Mal habe ich dich weggegeben. Aber am ersten Mal hast du mich. Okay, Gott, das stimmt. Ist das immer ein One-on-One-Spiel quasi? Ja, irgendwie ein bisschen wie Blobby... Ach stimmt, das habe ich auch schon auf dem Geburtstag erzählt. Fast das Blobby-Volli-Prinzip und... Ist halt, was wir mal zwischendurch mal geil sagen. Wir haben auch nur zwei Folgen aufgenommen, weil das ist halt sowas, was du wirklich nur mal eben so... Wah, hast du Bock, zwei Folgen, peng, fertig, so. Ja, so wie Blobby-Volli halt. Ja, genau. Aber für die zwei Folgen macht das halt unglaublich viel Spaß. Das kannst du halt echt keine zwei Stunden lang spielen. Ja, guck mal, dann kommt heute DUT, dann kommt morgen TTT, dann kommt Blobby-Volli, dann kommt Childs und Spastions, wa? Das ist die Premium-Woche-Rückblicken. Guckt nochmal in die Woche. Äh, vom... Das ist halt, keine Ahnung, 24. Januar oder so. Ja, Qualitäts-Affensive 2014, Junge. Echt mal. In einem einzigen Projekt. Ja. Nur bei den Battles, alles andere läuft normal. Ja, aber das ist doch das, was unsere Zuschauer sehen wollen. Stimmt ja gar nicht. Läuft ja nicht alles normal. Weißt nicht? Wir planen ja auch für laufende Projekte Änderungen. Ja, jetzt meinst du elementare Änderungen? Na, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei Rust und DayZ mit Facecam und mit wechselnden Perspektiven machen, dann ist das für dich schon eine elementare Änderung. Ja, das gab es ja schon. Counter-Strike wird auch abgeändert. Ja, ob das schon gab. Ja, Counter-Strike wird bestimmt auch noch richtig. Nein, nein, ich mein bei uns, also mit den Doppelperspektiven. Ja, ist doch egal, ob es das schon gab. Ja, das ist für mich keine Neuerung. Das ist zwar gut, aber das ist keine Neuerung. Was hast du gesagt? Ja, doch. Habe ich doch vorhin gesagt. Was sind denn sonst noch für Neuerungen? Du hast gesagt, was gibt es für elementare Änderungen? Ja, das ist aber keine elementare Änderung, wenn es das schon mal gab. Natürlich! Was bist du denn? Klar ist das eine elementare Änderung eines laufenden Projekts. Ja, dann sorgt ihr jetzt nicht an dem Wortfest, sondern weil wir wirklich Neues, also das wir vorher noch nicht gemacht haben. Das wollte ich damit sagen. Weil Facecam gab es vorher auch schon. Also 4-Fach-Facecam war das erste Mal bei Trials. Ja, das stimmt. Das war's. Deswegen, also bei Battles sehe ich halt grad die meisten Neuerungen einfach nur. Also eine. Ich wollte halt überfragen, wo denn noch die Sachen sind. Ja, wenn mal hin, was? Es sind halt mehr als bei anderen Projekten. Selbst wenn es nur eine ist. Genauso wie DayZ damals die geile Sache hatte mit der Doppelperspektive. Und die Leute verschienen das... Allerdings ohne Facecam. Das stimmt. Das ist eine Neuerung. Sehr geil zu finden, dass wir MW2 ohne G18 gezockt haben. Äh, ja. Die Folge kam ganz gut an, wa? Die Folge kam ganz gut an. Wobei, es gab nicht so viele Kommentare von wegen, endlich ohne G18, wie ich mir gewünscht hatte. Ja, aber trotzdem. Also von den Aufrufzahlen her, von Reihen danach zu messen, fanden die Leute das irgendwie scheinbar cooler. Okay, das habe ich noch nicht mit alten MW2-Folgen verglichen, muss ich sagen. Das ist aber eine ganz schöne Assi-Scheiße da mit dem letzten Sprung. Was ist denn gemacht? Was für eine Scheiße? Den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber... Ich werde das jetzt anders machen. Nein! Oh, nein! Direkt da rein springen, Heidi, geht nicht. Ich glaube schon, dass das geht. Also, by the way, ich fand das gar nicht so schlimm, da auf die Leiter zu springen, sondern ich habe tatsächlich von der oberen Leiter auch verkackt da rein zu jumpen. Weit! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das möglich ist, das zu verkacken. Ja, und Peter auch. Ne, ich bin leider nicht so weit gekommen. Standst du dich auch da oben? Nicht aber vor dem Eingang, nicht bei dem letzten Sprung, sondern ich stand bei den Leitern noch davor. Und da habe ich verkackt. Wie viele sind wir denn heute Abend? Also, ja, wenn ich WhatsApp richtig gelesen habe, ja jetzt 5. Genau, 5. Dann gibt es wohl 3 gegen 2 Action. Ja, habe ich kein Problem, ich mache euch sowieso fertig. Ja, in Battlefield 4 oder was? Warte, wer sagt denn Battlefield 4? Ja, Battlefield lohnt sich ja gar nicht, weißt du. Boah, da hast du mir jetzt voll den Schock mitbereitet, ey. Weißt du, Peter, Heidi und ich haben uns letztens tatsächlich unterhalten, der Unterschied zwischen Allerlei und Battles, weißt du, weil, äh, Heidi wollte eine Talk eigentlich erst im Allerlei laufen lassen. Der Unterschied ist, weißt du, Battlefield müsste im Allerlei laufen. Beziehungsweise im eigenen Projekt und nicht zum Battlepunkt, weil wir uns bei Battlefield nicht battlen, sondern da ja Public spielen gegen andere. Genau, so sieht es aus. Und deswegen können wir heute Abend ja keine, kein Battlefield aufnehmen, weil wir Battles aufnehmen. Wir können natürlich Battlefield 3 gegen 3 machen. Ja, ne, wir sind ja nur ein bisschen. Ja, ne, wir sind ja nur ein bisschen. Heute Abend geht ja nicht. Ja, zwei gegen drei. Ja, ne, für sowas ist Battlefield halt echt scheiße. Ja, das geht aber auch sonst nicht, wenn wir zu 6 sind, das ist einfach technisch nicht machbar. Ja, ich meine, bei den, äh, bei den Rückblicken hatten wir, glaube ich, beispielsweise bei dem Battlefield Bad Company Vietnam ganz viel Spaß, meine ich, mich recht zu entsinnen. Ja, aber war aber auch Vietnam und nicht 4. Ja, sich genauso. Battlefield Vietnam war auch witzig. Ja, nicht Battlefield Vietnam, Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Ja, weiß ich. So, okay. Ja, Battlefield 4 ist echt, weil, also ich sehe halt wie Heidi, das sind einfach technische Probleme, du weißt ja noch, die Zoom-Optik und Licht ist nicht so richtig gut. Der Spiel hat tatsächlich sehr viele technische Probleme. Ja, guck mal da, siehste, siehste, ich müsste mich nicht mal was aus den Fingern saugen. Beziehungsweise das aus den Fingern gesaugte wird bestätigt. Wir können natürlich noch eine Runde Ghosts spielen. Ja, da bin ich auch dabei. Ja, ich wäre auch dabei. Ja, je nachdem, was die anderen sagen, so, ne, aber man kann ja noch mal reingucken. Aber zackt halt, Border for the Amt wieder nichts. Ja, das ist nicht so geil wie MV2, aber da werden wir halt schon krass vernachlässigt und es gibt schon einige Zuschauer, die sich das vielleicht wünschen. Es gibt auch einige Zuschauer, die ganz zufrieden sind damit, dass wir MV2 spielen, die sagen nur nichts. Wir können auch gerne MV2 spielen, da haben wir auch kein Problem mit, das ist ein Dauerbrenner, da können nicht, ich will die tausend Stunden noch vollkriegen. Oder Ghosts halt, ne? Äh, nicht Ghosts, äh, verdammt COD meine ich. Nein, oh mein Gott, ich bin CSG voll versaut. Ja, aber CSG spielt Brammeer nicht mit der Mongo. Obwohl ich, Brammeer, ich meine, wir können, du kannst natürlich auch gerne meinen Pader warm werden. Wir könnten eigentlich mal eine geile Runde TTT spielen. Ja, gerne. Das klang witzig. Oh Gott, das war jetzt aber ziemlich dumm. Verdammt. Das passt ja auch ganz, ganz gut zu dem, was ich bei WhatsApp geschrieben habe. Von wegen, guck mal, coole Spiele und so. Ja. Hoffentlich ist das auch witzig. Ich hatte mega viel Spaß, also ich hatte, ich hatte, ich hatte gestern echt Angst, ich meine, ich muss das in dem Sinne sagen, ich hab das ja in dem Sinne mit Fremden gespielt, ja. Hat trotzdem so viel Spaß, äh, das gleich mit den Nachbarn aufs Dach steigen. Ohhhh. Weil bei zwei Uhr morgens, weißt du, du bist am Moment, da, das kann nicht wahr sein, Dana, fack dich ins Knie, du bist der scheiß Terrorist, ich bin der Terrorist nicht, du musst mich liebhaben. Dann knallt er dir von hinten in den Arsch, ey, weißt du, dann denkst er dir auch so. Außerdem läuft das ja auf Counter-Strike, hast du sogar zumindest das Zielsystem hast du dann ja, so wie du halt gern hättest. Oh, das ist ja wunderbar. Wie negativ der dem Dreck gegenübersteht. Nein, das war, das war jetzt eher ein konzentriertes, äh, ist ja wunderbar, weil ich hier gerade bei so einem Schrung die ganze Zeit vertrackt hab. Fuck! Mann, was soll das denn? Läuft grad nicht, ne? Naja, läuft grad nicht. Wo ist Peter eigentlich? Hallo! Ey, fick dich! Was? Das wäre uncool gewesen. Keine bösen Wörter. Deine Mutter ohne. Ganz ehrlich, Hadi, ganz ehrlich, ohne Spaß. Echt mal, ohne Scheiß. Man trifft ja gar nicht. Jetzt soll ich doch mal so einen Trank hochwerfen. So, geschafft. Äh, ihr lieben Menschen. Lol. Verbindung unterbrochen. Dafür will I have to game, what the fuck? Werde mich noch? Ja, du standst bei mir die ganze Zeit in der gleichen Ecke. Ja, hab ich doch Bram nicht mehr. Na, tja, da bin ich, hab ich einen Abgang gemacht. Keine Ahnung, ob mein Internet los ist. Hallo? Tja, ist natürlich super gelaufen hier. Dann, äh, cutten wir an dieser Stelle ganz kurz. Bis gleich. So, und sind wir wieder. Hast du noch mitbekommen, wie ich's geschafft hab? Nee, ich hab nicht gewartet. Ich hab gewartet. Bei mir standst du die ganze Zeit... Nee, kann ja gar nicht. Bei mir, äh... Achso, nee, zwischendurch hab ich weitergemacht. Aber ich wollte halt nicht ins Ende reinspringen. Ja, dann dort. Weil ich dachte mir vielleicht, äh... Bist du jetzt auf die Leiter noch gegangen oder bist du drumherum gesprungen, Peter? Bin auf die Leiter noch gegangen. Oh, nee, oder... Doppelsprung oder Einzelsprung? Einzelsprung. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist halt auch schwieriger, als ich gedacht hab. Ich dachte, da rutscht man jetzt einfach so rein. Ich wollte auch gerade tatsächlich sagen, da kannst du nix falsch machen, weil... Keine Ahnung, genau das hab ich nämlich eigentlich gemacht. Aber offenbar... ...hatt ich Luck. Tja, machst du nix. Tja, da machst du nix. Aber ja, das ist gut. Sonst wird ja jetzt langweilig gewesen, wenn Hardy nämlich einfach weiterspringt, obwohl keiner am Aufnehmen ist. Ja. Ja, ja, hätt ich wieder was angehen müssen. Ja, aber das ist doch gut. Deine Inkompetenz hat dich ja gerettet quasi. Ja. Sie hat dich bewahrt vor dem Flame. Ja, das stimmt. Sind wir voll raus. Ich weiß gar nicht, über was wir uns unterhalten haben, als du rausgeflogen bist. Egal, ich hab ein neues Thema. Hat ja neulich schon mal bei DSDS reingeguckt. Boah, ne. Boah, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich hab mir das ja früher... Zumindest die Castings hab ich mir immer ganz gerne angeguckt. Weil ich wollte immer die ganzen Schwachmaten sehen, auch wenn das manchmal gestellt war und so. Das war ja immer noch irgendwo noch eine Ecke witzig und so. Aber mittlerweile... Geht gar nicht mehr. Boah, ich find DSDS hat mittlerweile noch ein niedrigeres Niveau als Schwiegertochter gesucht. Oder Dschungelcamp. Ich mein echt, die sind mit K1 und mit den Leuten, die da sitzen... Alter, ganz ehrlich, die sind... Ich glaub, auf einem niedrigen Niveau kann man gar nicht mehr sein. Ja, krass ist halt... Ich glaub, die Tabulin macht doch alles für Geld. Boah, also das ist echt ganz ehrlich, Peter. Wenn du dir das angucken würdest... Moment, das heißt also schon, die Jury ist asozial? Ja. Also du musst dir vorstellen, in der Jury sitzen halt hier Mietze Katz. Ist das nicht die von Mia oder so? Ich weiß nicht, woher die genau ist. Keine Ahnung. In Mia kommt mir jetzt aber nicht so krass niveaulos vor, ehrlich gesagt. Nein, ich sag nicht, dass die Jury extrem niveaulos ist, sondern dass die Jury halt voll krass... Wirklich so... No Name und... Also es heißt No Name, aber wirklich so... Das ist wirklich so total random, bei wen der da hingesetzt hat, weißt du? Ja, weißt du, beim ersten DSDS war ich auch noch so voll die Musikproduzenten und was nicht alles. Ja, genau. Mittlerweile ist es da... K1 sitzt da in der Jury. Ja, Bushidos Schoßhund. Achso, okay. Ex-Schoßhund. Ja, mittlerweile, die haben sich ja gezankt so ein bisschen. Hey, 1 wollte das Stückchen nicht holen. Ja, nicht nur gezankt. Bushido hat den getötet einfach nur, ey. Ja, auf jeden Fall... Warte mal, wer ist die Letzte, die da links sitzt? Ähm... Oh, wie heißt sie noch? Das ist doch... Das ist doch... Das ist eine ziemlich bekannte deutsche Sängerin. Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Andrea Berg? An... Nee, das ist nicht Andrea Berg. Äh... Ganz ehrlich, Peter. Ich glaub nicht, dass das Andrea Berg ist. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Ja, sehr Berg.